Welche Funktion hat die Nase für den menschlichen Körper? Ja, die Nase hat vielfältige Funktionen für den menschlichen Körper. Das Einfachste, an was man natürlich als allererstes denkt, ist die Atmung, die Nasenatmung. Also die Nase ist ein wichtiges Organ, um eben atmen zu können. Und ist das beeinträchtigt, ist eben auch die Lebensqualität der Betroffenen sehr beeinträchtigt. Aber es gibt darüber hinaus noch andere Funktionen der Nase, wie zum Beispiel das Riechen, was über die Nase erfolgt. Damit verbunden auch das Schmecken, was letztlich über Geschmackswahrnehmung auf der Zunge und eben auch über die Nase in der Feinabstimmung oder im Feintuning erfolgt. Die Nase ist aber auch sozusagen Klimaanlage für den menschlichen Körper. Das heißt, die einströmende Luft wird erwärmt und befeuchtet. Und nichts ist schlimmer, als wenn das beeinträchtigt ist und man sozusagen kalte, trockene Luft einatmen müsste. Sehr belastend für Betroffene. Und in allerletzter Linie ist die Nase eben auch zentrales Merkmal im Gesicht und bestimmt damit eben auch ein harmonisches oder ein schönes Aussehen entscheidend mit. So dass eben auch viele zu uns kommen, eben mit dem Wunsch auch der Veränderung der äußeren Nase, um da eventuell ein harmonischeres, ein schöneres Bild des Gesichtes zu erreichen. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ihr unseren Channel besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Infos gewinnen können durch Anschauen dieses Videos. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, guckt euch die anderen Videos an und lasst gerne auch ein Like da. Wir freuen uns natürlich über Lob und lasst gerne auch ein Kommentar da. Auch wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, weitere Infos wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir versuchen das alsbald umzusetzen. Bis zum nächsten Mal.